Hallo liebe Leute, ich bin ShadowSoul13 of Wife, hier geht es weiter mit Bomberman64, der Second Attack. Und ich hab ja versprochen, derjenige, der meine ROM repariert oder mir einen Emulator schickt, was auch immer, das funktioniert zum Glück, den nehm ich jetzt zum nächsten Planeten mit. Wen hab ich denn jetzt hier am Ohr? Hallo, ich bin Triana. Ja, genau, das ist er. Und jetzt haben wir natürlich die Qual der Wahl. Gehen wir Lost Planet Alcatraz, was ich glaube, dass es zu diesem Erdfuzzi gehört, irgendwie, der hieß ja Bessmoth oder wie er hieß. Ich hab keinen Plan. Curse of Doom, scheiße. Oder zum Ozeanplaneten. Ich frag mich, wer ist denn im Ozean? Ich mein, gab's da irgendjemanden vom Typen Wasser? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht der Eis-Typ. Ach, der Eis-Nerd. So ein Pisser. Ne, dann nehm ich lieber den Erdentypen, wenn's der ist. Lost Planet Alcatraz. Ich hoffe mal, ich hoffe mal, dass es das ist. Es ist der erste Planet. Gott, verfickte Scheiße. Okay, wir gehen doch zum Ozeanplaneten. Also auf zum Ozean. Ah, wieder schön im rosa Schiff. Pomi, ich könnte dich dafür umbringen. Ähm, Maggie? Ne, doch ne. Oh Gott, ich könnte Pomi für diese Farbe ermorden. Das war so ein cooles Schwarz und jetzt so ein Pink. Ich könnte dieses Pomi... Aber der Pomi wird noch richtig cool. Ich könnte Pomi dafür ermäucheln. Okay, ein bisschen Voice Acting. This is sure a pretty planet. It must be an Ocean World. Ja, schlau. Wer lesen kann, ist... Ja, ich sag den Sprung nicht mehr. We have to be careful. If we go too fast, we might fall into the deep water. Ja, mag sein. Und Bomberman kann ja nicht schwimmen. So ein Pfosten. Okay, wir können schon loslegen. Wann entwickelt sich Pomi eigentlich mal wieder? Oh, jetzt wird er da zurückgelassen. Opfer. Achso, da ist er. Wow, meine Herzen wurden echt auf so viel erweitert. Wie geil. Das habe ich jetzt mir ja in der letzten Episode gekauft. So ein kleines Upgrade. Also für meine Herzen. Auch sehr awesome. Auch ein Pomi. Hör auf, meine Gegner weg zu bämsen. Und tschüss, Frosch. Wir kämpfen hier gegen Frösche. What the fuck? Ähm... Ah! Frösche! Ich hasse Frösche. Zu Waco. Ja, die Zungen. Das ist schlimm. Hentai-Zunge. Ah! Äh, und wo geht es jetzt hier weiter? Ähm... Sind das Säulen, die ich Put machen soll? Ja, es wird wahrscheinlich was unten dran sein. Es dampft hat er schon... Haben die Bomben schon immer gedampft? Ach, die bröselt langsam. Dann brösel mal schön weiter. Komm. Boom. Tschö, Jogon, Pomi. Äh, was zum... Ach, ein Schalter war das. Hui! Tür. Ich hab vergessen zu gucken, weil ich aufgenommen hab. Scheiße. Egal. Ich nehm einfach mal jetzt so lange auf, wie mir mein Gefühl sagt. Äh, was ist das? Das ist irgendwas am Stil. Ich weiß immer nicht, welches Futter ich nehmen soll. Aber ich hab ja schon ein bisschen weitergespielt. Bei mir sogar zum komischen Stachelvieh, der Pomi. Oh Gott, Mutanten-Stachel-Pomi. Ah! Und jetzt momentan ist er bei mir ein... Pomi. 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 Wenn ich da einen zweiten Player hätte, wär das awesome. Oh Gott, Kugelfisch. Ich hab... Ich hab den auch hervorriert. Äh! Obst und Gemüse. Obst und Gemüse ist gesund. Oh Gott. Boah, dieser Kugelfisch. Oh, elf. Ähm... Ja, wie er sich aufbläht. Ey, das ist eklig. Äh, ich kann weder kicken noch werfen. Das nervt mich. Ähm... Pomi da runterschmeißen? Ne, ne? Scheiße, wie krieg ich denn da an den Schalter ran? Äh... Da war doch vorhin die Schleuse. Weil Lautsprecher sind... Was? Skype? Skype? Böses Skype. Was? Ihr seht Skype? Oh mein Gott. Ist doch gar nix. Also hör auf zu mucken. Blödes Scheißprogramm. Okay, ähm... Die Tür will immer noch nicht aufgehen. Sehr uncool. Dafür muss ich an diesen Schalter ran. Wie komme ich da hin? Äh... Rätsel über Rätsel. Wer weiß wohl die Antwort. Ich geh nochmal zurück. Ähm... Ich kann doch nicht schwimmen, oder kann ich da ins Wasser? Ich glaub, das ist niedrig, also... Wenn du willst, kannst du mal es helfen. Also... Oh, Pomi kann sogar rein. Gut. Okay, dann. Ich dachte, das wäre schon wieder so... Instant-Kill-Wasser. Ah, die Tür ist offen. Ne, wie kau. Wie schlau von mir. Heute ist wieder mein dummer Tag. Man merkt, es ist Samstag. Samstags ist mein Hirn nie so aktiv wie... Wochentags. Sorry, Pomi. Pomi-Boy. Ah, ich komme mir viel stärker vor. Seit ich mir dieses Health-Upgrade gekauft habe, komme ich mir viel stärker vor. Da fühle ich mich voll imba-mäßig. Aua. Scheißfrosch. Oh, oh. Ich muss immer... Das ist ja wie Bomberman-Spielen. Ich muss langsam lernen, wann ich im Feuer stehe und wann nicht. Ich wollte gerade sagen. Hui. Komm mit, Pomi. Pomi-Boy. Äh, was zum... Look at how pretty the water is. Why don't we go far to... Far to swim. Ne, ich gehe nicht schwimmen. Kannst du vergessen. Oh, I'm sorry. I forgot. Bomberman can't swim. Nanananana. Oh, und dieses Drecksvieh lacht sich auch noch einen ab. Oh, Pomi, ich bring dich um hier. Ich schwöre dir. Bleib stehen. Hier. Na. Und... Bleib da stehen. Ah, na, okay. Ich hab dich trotzdem noch lieb, also... Hast du Glück. Bombkick. Wuhu. Äh, ich gehe mir jetzt einfach echt davon aus, dass das Ganze jetzt nicht unsynchron wird. Sonst muss ich mal... Irgendwann, ja, was tun. Ah, toll, ey. Was soll denn das jetzt? Okay. Bombkick. Bombkick ist immer noch recht awesome, die Fähigkeit. Ah, ich finde den Handschuh besser. Warte mal, da kann man Pomi wegwerfen. Ich weiß, das mach ich immer gerne, immer Pomi wegschmeißen. Wofür Pomi. Pomi Attack! Los, Pomi Mon! Und jetzt war ich voll dumm getroffen, ey. Ich muss dran lernen, dass diese Flammen auch manchmal von der Wand abgehen. Oh, Krass, Halle. Meine. Ja, der Soundtrack ist... Was ist das? Yeah! Invincibility! I am so awesome! Don't stop me now! Haven't said you a good time! So. Okay, gleich haben wir hier das Wasser ja erledigt. Okay, ähm... Ja, das Wasser sinkt. Ich bin so schlau. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ja, L-U-K. Ah! Nicht runterfallen. Noch nicht. Noch nicht. Erst muss Fischi dran glauben. Fischi stirbt. Ah, die Tür geht auch auf. Na toll. Gehe ich jetzt... Gut, aber da unten ist ja Treppe. Also... Okay, stimmt ja. Da war da Treppe? Habe ich gleich gesehen. Ja, da unten ist eine Treppe. Äh... Äh... Ja, das ist eine Treppe, aber ich komme ja nicht wieder hier ganz hoch. Ah, you know what? For the Science! Whoop! Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ooh, look at the found, the secret. Okay, das war nichts. Das ist... Was ist hier? Das ist dieses Haar. Was auch immer das ist. Ein Ballon mit einem Haar drauf.